Einer von euch schuldet mir einen Haufen Geld, trete heraus Mark Bryan, ich will 250.000 Dollar bis Weihnachten auf meinen Tisch. Scheiße, ich brauche Geld. Hallo Mark Bryan, haha, und du brauchst einen Auftrag, nicht wahr? Dieses Artefakt habe ich vor kurzem aus einem Museum entwendet, berühre meinen guten Freund Law Business das Artefakt und berichtet mir, wo ihr seid. Eins, zwei, drei! Mein Name ist Mark Bryan, ja, genauso wie deiner. Ich sehe Schreckliches, wir müssen uns vorbereiten. Hallo Multiverse Devil. Es ist möglich, den Multiverse Devil zu besiegen. Wir können das Ultiverse ums Vakuum sprengen und somit alle hier Anwesenden zurück in ihr Universum schicken. Auch den Multiverse Devil. Tu es, es ist der einzige Weg. Tu das nicht, das ist eine verdammt schlechte Idee. Der einzige Weg, ihn zu besiegen, ist also das Artefakt zu zerstören? Soll ich es tun oder soll ich es lassen? Das ist eine verdammt schlechte Idee. 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 Ich kann das nicht. Nein, 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 wieso hast du das getan? Wolltest du noch mehr Leute opfern? Wolltest du immer noch sinnlos gegen Inke ankämpfen? Auf Wiedersehen. Mark Brine. Was hast du getan, Mark Brine? Mark Brine. Sie sind hiermit festgenommen. Abschluss! Sie sind hiermit festgenommen. Wolltest du noch etwas mit schaken. Ach, Mann, oh Mann. Ich wünschte, ich wäre jetzt bei meiner Familie an Heiligabends. Aber ich muss wegen Leuten wie Ihnen hier arbeiten. Wissen Sie was? Ich habe es auch nicht viel einfacher. Meine Frau liegt im Krankenhaus und meine Tochter ist in der Gewalt von einem meiner Feinde. Wenn ich Ihnen heute nie das Geld sein würde, dann würde sie sterben. Was ist los? Ach, nur ein paar Abauken, die sich hier irgendwo in der Nähe herumtreiben. Es ist alles in Ordnung. Ich habe die Verbrecher bereits persönlich festgenommen. Was zur Hölle? Nimm das Amulett an, ich... Vergiss nicht. Gott wird dich beschützen. Immer. Wissen Sie was? Es kann sein, dass die Verbrecher bereits im Raum sind. Und schau mal, wen wir hier haben. Fly, ich schwöre, ich habe das Geld. Hol mich nur hier raus. Bringt nichts. Es ist schon viel zu spät dafür. Wir sind bereits wegen deiner Hinrichtung hier. Männer, auf ihn! Und schau mal, wen wir hier haben. Ha, 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 ha. Ja! Oh! Wow! Diese Stärke! Das Multiversum hat dich durch deine vielen Reisen gedeformt. Du bist stark geworden. Sehr stark. Lang nichts alles, Mark Brine. Wo bin ich? Hallo Mark, schön geschlafen? Na gut, dann übernehme ich jetzt den Job. Sly! Es macht keinen Sinn mehr. Ein Menschenleben ist lange nicht so viel wert wie ein paar Euro. Du hast mir alles genommen! Da war ich wohl wieder zu früh. Na dann, auf den letzten Tropfen Blut. Das war's, Mark Brine. Papa! Nein! Meine Augen! Mark Brine, erinnerst du dich an mich? Nun, du hast mich damals zum Sterben zurückgelassen. Hätten mich die Animals hier nicht aufgesammelt, wäre ich auf dem Kriegsfeld gestorben. Wegen dir. Ich dachte, sie wären tot! Du wirst bezahlen! Für alles! Das war's, Mark Brine! Das war's, Mark Brine! Genau! Das ist Mark Brine! Ja! Genauso wie dein! Keine Sorge! Wir sehen uns wieder! Ich verspreche es! 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 Du weißt wirklich nicht, was du tust. Es macht mehr Sinn, als dein Vorhaben. Alles, was ich wollte, war ein Weihnachten. Mit meiner Familie. Ich werde dir helfen. Ich werde dich zum... Merry Christmas, Fly! Das war's, Jessica. Alles ist gut. Ich habe in der letzten Zeit schon Schlimmeres erlebt. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Gehen an Mark Bryan. Ich wünschte, du wärst hier. Frohe Weihnachten an Jay. An Dr. Strange. Die mir immer weitergeholfen haben. Frohe Weihnachten an Batman. Alle anderen Kämpfer. Die gemeinsam das Unmögliche möglich gemacht haben. Und natürlich, frohe Weihnachten. Lord Business. Irgendwann werden wir uns alle wiedersehen. Irgendwann. Frohe Weihnachten. All together. Tschüss. Wir hören uns alle apologies. Hallo und Willkommen zurück in Gotham. Joker, endlich habe ich dich gefunden. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020